Ein herzliches Willkommen zurück zu The Forgotten City. So, wir haben einiges erfahren. Und wir werden jetzt folgendes machen. Wir gehen mal jetzt zur Klippe. Ich will einfach nur... Wie komme ich denn da überhaupt hin? Das ist eine sehr gute Frage. Wie komme ich da hin? Warte mal. Warte mal, warte mal. Wie komme ich da hin? So, ihr survived the system. Probablely just a stroke of Fortuna. Ja, 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 ja. Malioleus isn't receiving visitors at the moment. It be an election day. Ja, super. Ich will mal mit den beiden Deppen sprechen. Ich glaube erst mit ihr. Wir schauen, ob sie sich zu der Sache äußert. Kein Mitleid mit dir. Dumitius, komm quickly. We're being robbed. This is outrageous. Okay, das ist schlecht. Schauen, ob er gleich kommt. Sehen wir jetzt noch nicht. Demitius doesn't let anyone in here without a hefty tribute. So, you must have been desperate to see me. Well, what do you want? Na, schweigen. Mein Name ist Marcus Maliolus Gerdes. You seem to have confused me with someone else. You mean my heterochromia? I am guilty of nothing more than having different colored eyes. And I am hardly the only person with the condition. Alexander the Great had it too, as it happens. Echt? I like to think it is simply the way the gods have chosen to mark a natural born ruler. Nothing more. Well, I am not suffering from any delusions, as today's election will firmly establish. Unlikely, because it simply isn't true. Now, was there something else you wanted? Look, if I had a Roman plaque in my possession, I'd be happy to sell it to you. But I don't, so I can't. I trust you can see yourself out. Geh nochmal zu eurer Frau, weil der Klaviatur ist wohl doch nicht unterwegs. Aber ich bin's nochmal. Do I need to call Domitius? Get out! Get out, before I have Domitius get out, ja. Da ist ganz schön Kohle hier. Aber mehr ist da nicht. Also, Beweise finden. Dann schauen wir mal, was wir da... ...wenden in den Räumlichkeiten. Vielleicht haucht jetzt was auf, was ich... ...mein dem ersten Mal hier... ...nicht auswählen konnte oder übersehen habe. ...kollt. ...wenden in den Räumlichkeiten. Okay. Das können wir. Da gibt es das Schreiben auch Sinn. Okay, den muss ich halt finden, aber ich weiß echt nicht, wie ich da rumkommen soll. Auch ein Schlüssel für eine der Türen, die da oben bei der Gefangenen ist, so wie es aussieht. Wo könnte ich den herkriegen? Ja. Vielleicht im Garten. Ja. Fragen über Fragen. Okay. Ja, nervt mich nicht. So. Oh. Das war jetzt Glück. Das war jetzt richtig Glück. Warum kann ich hier hoch? Warum kann ich hier hoch? Ja. Oh. Oh. Ich bin dir gerard. Ich bin dir gerard. Oh, ist das? Nichts. Oh, das ist aber ein bisschen aktiv. Wenn ich... okay, ich hab ne Idee. Oh, ich hab Schaden gekriegt. So, dann machen wir das nochmal, aber dieses Mal gehen wir rechts lang. Hier hin. Oh Gott, oh Gott. Ah, schön. Okay, ich hab keine... Keine Idee, wie ich da entlangkomme. Warum ich auf das Dach steigen sollte. Oh Gott, hoffentlich muss ich jetzt nicht zu viel machen. Ich bin echt gespannt. Wo ich jetzt rauskomme. Okay, prima. Blablabla. Okay, das kennen wir ja. Blablabla. Blablabla. Wie? Wir machen jetzt folgendes. Ich will jetzt mal nochmal... Oh, ich hasse dich. Du hast mich so enttäuscht. Ich habe echt gedacht, du bist cool. Ja, ja, selbstverständlich. Hier, guck mal, da ist doch was. Was schreist du so? Oh. Okay, das geht nicht. Das ist natürlich schade. Ich will da hin. Hier gibt es auch eine... ...eine, die ich entlang kann. Okay, also dann müssen wir jetzt erst mal nach unten. Wie kann ich denn das? Wie komme ich jetzt hier hin, ohne übermäßig viel Schadensbekommen? Also... Nichts. Ja, gut. Dann machen wir das so. Und dir habe ich auch nichts... ...erwarten. Ach, halt der Mund. So. Mal überlegen schauen, wie wir da hochkommen. Ich gehe mal hier entlang. Schau mal mir das noch genau an, weil damals, wo ich dort war, hatte ich ja noch keinen Bogen. Da wusste ich auch nicht, dass ich hier entlang muss. Okay, das geht nicht. Okay, ich kann hier... Oh, warte mal, gab es hier irgendwas? Oh, sehr gut. Hab damit. Nämlich wieder Geld verloren. Kennen wir ja. Da ist eine Leiter, die ich, glaube ich, letztes Mal nicht so wirklich wahrgenommen habe, oder? Kann das sein, oder war ich trotzdem hier oben? Wir schauen. Ah, und da kann ich hier drauf ballern? Na gut, okay. Alles klar. Das machen wir doch direkt. Wie viel? 250. Aber mehr nicht. Okay, weiter. Ich bin aber auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Ach, doch, ich war hier doch schon mal oben. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und am nächsten Tag muss ich wahrscheinlich... Er ist sicher schon tot, aber als allererstes hier schnell hinlaufen. Gucken wir mal. Ob es ihn noch gibt. Es gibt ihn noch. Und wer ist das? Nein. 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 Oh, nein, 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 nein. Ulpius, was machst du? Geh zurück von dort. Wenn du dein Stoff verlierst, dann schreierst du. Das ist die Idee. Was? Warum? Warum willst du das? Warum denkst du, dass ich mich für den restlichen Leben verletzt bin, für einen Mann, der mich wie ein Tier ist? Ich weiß, ich weiß, dass die Dinge für dich jetzt sind. Sie sind für alle von uns. Wir sind alle zusammen, Ulpius. Bitte, bitte, einfach nachdenken. Wenn du das machst, könnte es die Schmerzen, die alle unsere Fates verletzieren. Ist das das, was du willst? Entschuldigung, aber ich bin einfach nicht mehr interessiert. Bitte, Ulpius. Hilf ihn. Wenn er durch das, könnte es der Ende für uns alle. Aber ich weiß nicht, was zu tun. Ich habe niemals versucht, diese Art nicht zu tun. Bitte, du musst ihn mit ihm sprechen. Achso. Danke. Und bitte, wähle deine Worte vorsichtig. Lass mich sagen. Du wirst mich sagen. Du wirst mich sagen, wie ein Suizid ist, ein Kampf gegen den Empire. Nein, werde ich nicht. Du wirst mich nicht verletzen. Ich bin ein Idiot. Ich bin weg. Woher du bist. Centillum, meine Liebe. Entschuldigung. Ulpius, nein! Ich... Ich kann nicht glauben, dass er mit dem... Ich... Oh Gott. Das Schlimmste. Ich bin ein Vergnügen. Ich glaube, dass es ein Vergnügen ist, dass es ein Vergnügen ist. Ich glaube, dass es ein Vergnügen ist, dass es ein Vergnügen ist. Ich glaube, dass es das bedeutet, dass jeder Gott für ihn ist. Es ist nicht meine. Das war nicht dein Vergnügen. Es gibt keine Chance, dass du ihm das erliefst. Momenten nachdem du es gekommen bist. Ich werde alles wissen, was passiert. Ich glaube, dass Malleolus die Vergnügen wird. Er ist in seiner villa. Es ist von seinem eigenen Vergnügen, nachher. Und ich würde bestreiten, für poor Ulpius. Okay. Interessant. Warte mal. Können wir noch mal mit dir... ... etwas anderes reden? Ich hoffe, dass du dich schaffst. Ja, sehr gut. Hier, in diesem Ort, hat der Magistrat mich gewonnen, meine Strecke, indem ich die Garten schlafen und prünen. Es ist nicht ganz, wie ich meine Leben erwartet habe. Ich lebte in einer schönen Villa auf den Banken der Tyber. Ich war sogar zu einem wunderschönen jungen Mann, aus einer prominenten Familie. Aber langen Stunden für meniales Arbeit, für den Garten der Gemeinschaft, hat auch seine eigene Chance. Ich glaube. Oh, sehr ähnlich wie viele von den anderen. Ich glaube. Es ist schon geil, dass wir einfach wissen, was passiert ist. Ja. Mhm. Mhm. Die letzte Sache, die ich erinnern habe, war das Wasser, die sich aufzunehmen, um mich aufzunehmen. Ich bin auf dem Riefer, nah an dem Schrein, und stehlt über diesen Ort. Oh, das ist okay. Ich bin sicher, dass es alles Teil der Garten für mich ist. Wenn du möchtest. Ich bin Angst, nicht. Ja, lass es. Den müssen wir auch noch mal belegen. Ich bekomme nicht viel Geld in solche Rümeren, aber wenn du zufrieden und zufällig bist, dann kannst du in das, ich glaube. Wenn das nicht funktioniert, dann glaube ich, wir sind alle hier drin, bis die Gäste, die Gäste, unsere Götter entscheiden. Oh, ich verstehe. Das macht mich nicht zufrieden. Ich bin sorry, dass ich es sogar noch nicht zufrieden habe. Ich werde das nicht wiederum machen. Hm. Viele werden die Schulden für die Schulden von einem. Ich denke über diese Worte viel. Ich würde mir vorstellen, dass wir alle lieben unsere Nachbarn, wie wir uns selbst, und sie tun, wie wir sie tun tun, dann wir alle gut machen. Aber auf der anderen Seite, und ich wurde immer gesagt, dass die Intente des Menschen von seinem Geheimnis von seinem Geheimnis und dass wir alle von uns mit einer Tendenz zu Schmerzen sind. Und das ist, wo ich getrunken bin. Ist das wahr? Wir sind mit einer Tendenz zu Schmerzen? Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wenn das wahr ist, dann später oder später werden Dinge für alle von uns hier enden. Und das ist, wenn wir hierher kommen. Unless, natürlich, es gibt eine Art, eine Art, eine gewisse Intervention. Hm. Ich wünsche, dass ich deine Hoffnung habe. Bitte, 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 das zu dir selbst. Ich weiß, dass du nicht von hierher bist, aber Dinge sind sehr schwierig für uns für uns jetzt. Es gab einen Schmerzen in Röme vor dem Jahr. Und unser Empore hat entschieden, dass wir uns seine Schmerzen. schmerzen. Es gab schmerzen. Es gab schmerzen. Es gab Schmerzen. Auch wenn ich es gesehen habe, und ich sage nicht, dass ich es habe, dann kann ich es dir nicht in gutem wahrnehmen. Das ist alles, was ich sage. Was du machst, ist schmerzhaft. Und es wird nicht funktionieren. Schmerz auf dich. Auch wenn ich es gesehen habe, und ich sage nicht, dass ich es habe, bitte, ich muss, ich muss, ich muss, oh, so schnell? Well, schmerz auf dich selbst. Wir sind alle mit einem tragischen Verlust heute. So. Okay, wir gucken uns jetzt nochmal schnell hier um. Wie sind wir damals runtergesprungen? Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Er hört durch ihre Augen zu. Hey, wo? Achso, hier sind die. Ah, ich glaube, ah, ich verstehe. Hier kommen die dann rein. Okay, alles klar. Und die Busse jetzt nochmal lang gelaufen würden. Hm? Kann man wissen. Ob es auch einen normalen Weg ein gibt. Das war auch verschlossen. Hm. Was kann ich mit dir machen? Habe ich schon mal auf einen goldenen geschossen? Ein Versuch wert sein könnte. Dass er sich dann vielleicht entgoldet. Vorsichtig mitgefühlen. Mitgefühlen. Ich dachte, da geht's vielleicht rein. Wo bin ich jetzt nochmal? Hä? Wo bin ich denn hier? Auf jeden Fall schön. Kann man da nicht hinspringen? War auch nicht okay. Schade eigentlich. Na gut. Dann mal weiter. Okay, wir kennen ja. Warte mit. Ah. Was ist das denn? Dann werden wir uns von nah an. Aber warte, warte mal. Wie soll ich denn... ...wie soll ich denn... ...weil... ...warte mal. Bevor ich da hinschieße, wie soll ich denn da hochkommen? Bin da runtergerutscht. Okay, das ist nur ein Ausgang. Geht auch nichts besonderes. Die Waffe weg. Äh. Suche nach dir. Oh jo. Nehmt bewusst jetzt nicht die Abkürzung, um genau nochmal zu gucken. Wenn ich irgendwas vielleicht vergessen habe. Hä, hier war ich doch noch nie. Oh, äh. Ecklig. Das Ganze wäre ja immer, dass wir nun den Umfeld machen, auf tragische Weise. Was ist das? Kleiner Stock mit einem Angebrachten. Spann die Rühne an dem Wohl anstatt von Klopapier benutzt. Ich habe schon eine Gemeinschaft. Äh. Was soll die nun besser zurücklegen? Ja, hier bitte. Gemeinschaftliche. Komisch. Warum kann ich hier rein? Warum haben sie das? Ich bezüge hier eine Orgie mit vier Frauen und täuschte alle gleichermaßen. Das finde ich witzig. Ach, ich dachte, ich habe da was gesehen. Das ist jetzt hier um dieser geile eingestürzte Schrein. Ja. Das war ja. Ich habe ja, ich kenne dich doch. Ja. Danke. Was? Alles klar. So. Ähm. Muss ich nicht mehr überlegen. Wie komme ich? Naja, der kann Spitz nicht helfen. Auch nicht. Muss ich nachdenken. Warte, ne. Wir gehen jetzt zu Malleus, Malleus oder wie er heißt. Jetzt brechen die darauf an, dass der eine zu Tode gekommen ist, es wird ihn einen Dreck jubben. Ja, wieder da. Das juckt nicht. Hier juckt es vielleicht die andere. Da oben. Schauen wir mal. Hey. Okay. Ach, halt dein Mund. Dann gehen nicht ab. So. Okay. Hat auch nicht geklappt. Dann, wo ist denn jetzt nochmal der Ausgang da? Dann gehen wir mal zu dieser Einschlange, zu dieser blöden Händlerin. Hier war der Tempel von der... Dingswo. Warte mal. Habe ich ihn darauf angesprochen, was in der Tabelle... äh... Zisterne ist. Was ist denn jetzt? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich werde sehen. Warte mal. Ich hoffe. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wo war der denn? Ich bin ja. Ja, da oben. Oder war der hier? Vielleicht rechts? Oder doch da oben? Das will ich jetzt auch nochmal kurz probieren. War das wirklich so? Ja, wo war der nochmal? Na gut. Ich will ja jetzt die Schlange mal ansprechen. Da will ich kurz reden, weil die... auch nicht ab. Da kenne ich überhaupt niemanden ab. Achso, und dann hier? Da hat er ja gesagt, hier ist was, aber... Ich würde dich gerne reden. Geht das? Einen Weg da hin zu finden. Ah, verdammt! Was kann ich mit dir machen? Wie komme ich an dir vorbei? Vielleicht habe ich noch nicht diesen Gegenstand, der mir da helfen könnte. So, Madame. Wir müssen uns mal unterhalten. Oh, das war's. Oh, das war's. Okay, shit. Du bleibst weg von meinem Geld. Ah! So, das wollte ich unbedingt machen. Jetzt rennen. Tschüss. Müssen kurz warten, bis... links angerannt kommt. Wo ist er? Kommt er? Weil ich will mir das Tagebuch mal angucken. Komm, wer halt ich? Oh, da ist sie! Komm, komm, komm! So, wieder geschafft! Hervorragend! So, jetzt gucken wir uns mal das Tagebuch noch an. Also, wo ist die Tagebuch? Okay, wir gehen in den Leser. Liebes Tagebuch. Heute ist ein Tag zum Feiern. So leicht wie heute habe ich noch nie tausend Hingare verdient. Und das einfach nur, indem ich in einer verzweifelten Etiode einen Ausweg verkauft habe. Natürlich war es nicht ganz der Ausweg, den sie sich erhofft hatte, aber Schirling zählt trotzdem. Es wird ja eine Lehre sein, nie wieder über meine Frisur herzuziehen. Und da ich damit nicht gegen die goldene Regel verstoßen habe, werde ich es vielleicht in Zukunft erneut versuchen. Liebes Tagebuch. Es hat erneut funktioniert. Ich bin dank Ulpius aus seinem verzweifelten Wunsch zu entkommen, um weitere tausend Dinare reicher. Natürlich gibt es hier nicht viel, was ich mit dem Geld anfangen könnte, aber es zu besitzen finde ich schon etwas aufregend. Zumindest kurzzeitig. Liebes Tagebuch, endlich habe ich etwas, für das ich mein Geld ausgeben kann. Maleus kandidiert bei der morgigen Wahl zum Magistrat und er hat versprochen, dass ich für einen ausreichenden Tribut in die Villa des alten Semptius einziehen kann, sobald sie geräumt ist. Wie er das erreichen will, wollte er nicht sagen, aber immerhin, ich stelle besser sicher, dass er gewinnt. Okay, alles klar, jetzt wissen wir ein bisschen mehr. Und dann beenden wir hiermit auch die Folge. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dennne. Tschüss. 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 Tschüss.